Herzlich Willkommen zu Ihrer Ausbildung Roomful of Refills für Ihr effektives Networking. Kontakte von Meetings und Events sind sehr wertvoll. Ihr Ziel muss jedoch darin liegen, profitable und langfristige geschäftliche Empfehlungen daraus zu generieren. Kennen Sie Ihren persönlichen Verkaufsstil und denjenigen Ihrer Empfehlungsquellen? Können Sie es sich erklären, warum einige Personen Sie öfter empfehlen, andere hingegen weniger? Fakt ist, die individuellen menschlichen Verhaltensmuster und Verkaufstypen zu erkennen und für sich zu gewinnen, ist nicht immer einfach. In unserem praxisorientierten Programm lernen Sie die vier Verkaufstypen zu verstehen, Ihre Empfehlungsquellen danach einzuordnen und in der Geschäftswelt kommunikativ mit Ihnen umzugehen. Dank Roomful of Refills wird aus einem Raum voller Menschen ein Raum voller Geschäftsempfehlungen. Sie werden sehen, Ihr Networking wird einfacher und profitabler und macht Freude. Sind Sie interessiert, professioneller Netzwerker zu werden? Die Sendung wurde vom... Untertitelung des ZDF, 2020